Ich nochmal. Unterm Laufen fällt mir gerade noch so einiges auf. Ja, was ich hier sehe, ist, dass mir eine ganze Masse von Menschen wieder mal entgegenkommt. Und die Sache ist die, die mir auffällt, ist, dass alle schwarz sind. Irgendwie die meisten sind schwarz und dunkel gekleidet. Also die, die bunt angezogen sind, die stechen schon total raus. Was? Ich frage mich, was ist die Logik dahinter? Wenn wir jetzt in der dunklen Zeit leben und so gut die gar nicht sichtbar sind auf der Straße, wenn wir müssen rausgehen, wenn es dunkel ist, wir gehen nach Hause, wenn es dunkel ist, dazwischen arbeiten die meisten Menschen. Was macht es für einen Sinn, sich dann auch noch so dunkel zu kleiden, sodass wir total verschwinden in der Dunkelheit? Anstatt, dass wir auf uns achten und uns so sichtbar machen, damit uns keiner über den Haufen fährt. Wie werden das? Okay, denk mal drüber nach, ob du dich unsichtbar machen musst oder lieber ein helles Licht und sichtbar. Bis dann. Ciao, ciao.